Musik Was machst du in deiner Freizeit? Ich höre Musik. Ich spiele Gitarre, Klavier, Geige und Schlagzeug. Ich tanze. Ich lese Bücher. Ich male. Ich zeichne. Ich spiele auf dem Computer. Ich spiele Computerspiele. Ich spiele auf dem Handy. Ich surfe im Internet. Ich mache einen Blog. Ich laufe Eis. Ich fahre Schliedschuh. Ich fahre Skateboard. Ich fahre Ski. Ich fahre Inlineskates. Ich fahre Rollschuhe. Ich gehe in den Park spazieren. Ich schwimme. Ich tauche. Ich tauche. Ich reite. Ich seh fern. Ich schau die Nachrichten. Ich schaue Filme an. Ich lerne Fremdsprachen. Ich lerne Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch. Ich gehe einkaufen. Ich koche. Ich fotografiere. Ich angle. Ich jogge. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Oder ich fahre Rad. Ich treibe Sport. Ich spiele Tennis, Fußball, Basketball. Ich mache Yoga. Ich meditiere. Ich spiele Schach. Ich spiele Karten. Ich sammle Briefmarken und Münzen. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich treffe mich mit Freunden und gehe in die Stadt. Und du? Was machst du in deiner Freizeit? Schreibe eine Antwort in den Kommentaren unten. Ich freue mich darauf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.